Willst du mal was Lustiges hören? Heute bin ich bei meiner Hautärztin gewesen. Sie hat ihre Freundin getroffen und sie haben dabei festgestellt, sie wären beide eigentlich scharf auf einer Menage. Aus heiterem Himmel? Aus heiterem Himmel. Und sie hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne. Und ich sagte, ja, aber das kostet sie 1000 Dollar. Ich hab an dich gedacht. An mich? Du brauchst das Geld und ich mach ihr dicht. Ich bin kein gutaussehender Mann. Ist Mick Jack ein gutaussehender Mann? Du bist ein erfahrener Liebhaber. Lass dich doch dafür bezahlen. Natürlich hab ich gedacht, ich nehm ne kleine Gebühr. Zu älter am Spitznamen. Du brauchst nen guten Mann. Dann bin ich damn bonko. Ein echtes Vergnügen, Dan. Vielleicht sollte ich ihren Freund erstmal ausprobieren. Alleine. Nur er und ich. Sie machen das öfter. Nein, ich meine... Ist mehr eine Teilzeitbeschäftigung. Ja, kann man so sagen. Sie gibt ihr Trinkgeld? Mhm. Kellnerinnen machen es so, sie schmeißen alles zusammen und dann wird geteilt. Wir haben neue Kundschaft und es wird mehr. Woher? Ja, Mundpropaganda. Heil Gottes Segen, meine Damen. Ist der groß? Ja. Ich glaub, ich sollte ihn ausprobieren. Ich mag es scharf. Manchmal will ich sogar selbst der Mann sein. Und einen Strapon umschnallen. Hm? Ist er jüdisch? Jüdisch? Ja. Ja. So verbringen sie ihre Zeit. Sie verzaubern die Einsamen. So kann man's wohl ausdrücken. Er ist schüchtern und das Reden überlässt er mir. Er ist schüchtern, so sieht er nicht aus. Jetzt flirten sie mit mir. Nein. Doch. Jeder Mensch braucht doch Nähe. Er braucht Liebe und Zuneigung. Sie haben noch ein Ohr, das er für einen Dreier 2.000 verlangt. Aber es sind verletzliche Frauen. Getracht ist als Performance. Sie wollen ein Schauspiel geboten bekommen. Machen wir die Menage. Sag's, Bongo. Ja, dann, Bongo. Sie ist so weich wie ein schnuckliges Taftier. Ich musste sie wiedersehen. Benni sagt mir, Sie wären ein guter Klempner. Netter Tagesverdienst, so viel ist sicher. Haben Sie schon mal mitgemacht bei einem Dreier? In 1977, bei dem Stromausfall. Niemand konnte was sehen, aber es war trotzdem sehr vergnüglich. Niemand konnte was sehen, aber es war trotzdem sehr vergnüglich.